Sind wir alle in den Arschkriegen oder was? Verpisst euch! Und wir haben nichts zu tun! Ja, ich merkte das schon. Geht's farben oder so, Mann? Ich war gerade. Und mir über ne Baustelle zu rennen, weißt? Kann man nicht wahr sein, oder? Ich muss mir doch unten so ein Schild hinmachen. Baustelle betreten, verboten, Kinder, nee, Elternhaften für ihre Kinder. Betreten auf Eigen-Defahr. Genau. Lustig noch machen, Alter. So. 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 So, nächste. Na, was machen wir denn denn jetzt? Ich will hier oben das Dach noch bauen. Ja, hier von unserer Hütter. Dann muss ich mir das so hin kriege wie Lars. ist echt eine sportliche nummer seid ihr jetzt schon und stefan macht hier jetzt alles auf stein ja hier angst habt die kaputt zu machen ja nee ich weiß dass ich jetzt kaputt mache das ist das problem ihr könnt mal sandfarben geben mit sand ganz viel glas bauen und dann über die farben ganz viel sand über ganz viel glas überhauen das ist noch eine idee könnte auf jeden fall machen ich hab nur glas scheiben bei mir nur glas bröcke sind ja noch ein paar im offen ja deswegen ein architonisches architektorisch architekt 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 weniger so noch ein lager noch hier noch normale tolls bei nein ich hab nicht noch mal hier nicht noch normale tolls bei oder so was ich gerade gemacht habe naja jetzt kackt mir nur noch die scheiß mit zack ab ist ja auch die katze es ist ja wirklich mark ist dabei direkt mal direkt auch noch für den instruieren sollten die taten noch reichen nach unten liegen nur drei an der truhe Alter, ich mach das jetzt anders bevor ich jetzt hier in Dusli irgendwie Toll zwillay dann, wow Der echt komisch aus, weil er gebaut hat Echt komisch So, wie mach ich das jetzt? Was meinst du? Na, mit der... Na, sag schon Na 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 Ah, das ist eh ol Wo fängt er an? Nein, bleib hier Ach, leck mich doch Na 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 das ist so fertig die Ritter sind nun schon wieder ... xy nicht durch gerade komische Kunstwerke warum habe ich es so gemacht? ich zieh der ja nicht durch gerade abwitz ECST auch komisch aus Ach, scheiß drauf. Leg mich doch am Arsch, krieg das mir hin, so wie du das machst bei mir, verwirren sich hier die Scheiße. Ja, ja, so geht es mir aber auch gerade, du lass mal. Echt schwer da durchzusehen. Bist du die Erste, setzt da ganz normal hin? Ja, das ist nicht so einfach, ach so. Wie gesagt, ist schon echt ne Spaß nochmal. Oh, jetzt ja. Hä, weg'n das jetzt nicht mal. Weg'n das nicht mal. Alter, das ist ne Schwinsemmler. Das ist echt nicht einfach, da noch durchzusehen, vor allen Dingen, ist echt nicht einfach. Weg, tatabig. Boah, da nur so durch die rumstehst, kannst du helfen. Wieso, mach'n ja guck'n. Steht da grad ne Dusselig rum, oder was? Nö, nö, ich wollt' nur gucken. Ja. Na gut. Ich hol'n leider hier. Na, mal was anders. Wuii. Guck'n das ein Sprung, oh, was ist denn hier los? Kommt'n das Skelett, ja. Aua. Ich hol'n das Skelett, hau'n doch mal ab. Das ist Mistvieh. Ich glaub'n das einfach nicht. Warte. Zwei Sticks reichen aus, äh, Stacks reichen aus von Wasserstein. Nein! Und reicht nicht, oder was? Kein bisschen, nicht mal die Hälfte, damit das schafft. Was wolltest du denn machen? Na, deine Farm aus Stein machen. Ey, das reicht nicht, das ist ein bisschen mehr gewesen, was ich da verbaut hab. face. ada digamos. Ja, ich glaub' wir noch Platz.- Wieso geht das hier oder drüben nicht? steppe ich mal kurz hier kann sich das machen wo ich jetzt stehe und hier oben was mal kurz über oben drauf erst mal warum hat die kiste macht ich habe in 64 erst mal zwei dinge holz rüber immer komplett hier drüber also immer drum herum oder was hat das ganze sollt ne da kriegst du dich noch was in haus ey wie doof ich gerade bin ich so sagen können ich bin ich dann auch oder kurz kurz nur mal den holz nummer stein habe ich eine kunst für sich ich höre auf heftig So, jetzt einmal halt mit Stein rüberziehen. Boah, schon wieder leer. So, und jetzt? Auch mal? Ja. 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 Deine Axt im Arsch. Kommst du denn hoch hoch? Ja, ja, komm der hier hoch. Und? Wo war ich denn eh? Muss man mal schnell hoch Stein rüber. Kannst du mal die Hacke mitbringen? Ich hab eine. Ich hab eine. Oh man, scheinen wie ein Schwulitzgeld. Hau doch mal ab hier, Mann. Oh je. Oh je. Oh, was zu füttern. Hier ist eine Kuh. Ach, siehste. Brauchen wir weiter. Ich muss dich mal füttern. Ja. Wovä, ja. 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 Das ist wirklich ne richtige fremde Arbeit, Walas Was sagt's? Na mit diesem Dach machen, Alter Na Und jetzt klar, oder? Warte, 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 was? Wir kommen gucken Jetzt einfach hier dicht dran, ist gut Ah, ist alt mit... Ist das auf der 2. Ebene? Ey, das gibt's ja nicht Warte mal kurz Dreh auch gleich durch, ey Ach, da heckt mich doch Was ist das denn jetzt für ein Mist? Das kannst du eigentlich alles mit Glas Ema quer rüber ziehen Warte, jetzt... Jetzt... Immer her, ich zeig's dir Na, zeig mir mit Erde einfach Das kommt Komm her Abwarten Beschwenden wir ja nischt Hier Also, okay Dann hockst du dich hin Und dann hockst du dich eh mal komplett rüber hier Naja Oh, gut Ey, das gibt's doch nicht Dann ist aber deine Fackel echt beschissen Ach... Dann muss sie ins Tiefer setzen Dann muss ich nicht runterfahren Wo ich die Tür einsetze Das gibt's doch nicht wahr sein Sag nicht, warum macht der das nicht? Das hört nicht so an Das ätzen die gerade, ey Ihr könnt hier... Irgendwann scheißen, alter Boah, ich scheiße gleich vor... In der Wand geht vor Freude, ey Holerwitz Ey Wie dumm ich bin Ist er nicht Das kann ja nicht wahr sein Warum setzt der das doch falsch an? Ey, das kann ja nicht wahr sein Ihr sagt, Glas, macht dir ne Strauss Ich stelle mich gerade genauso glatt an F***er Ich hab grad eh... Boah, könnt kotzen Was macht der denn jetzt hier? Äh, Stefan, wo bist du? Mach der irgendwie so wie cool So kurz, ich bau grad was aus Was ist denn? Äh, das hier auch Hier drinnen Wie, was da drinnen? Na hier Ja, kotze So Also da ein Genau So 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 Was ist denn jetzt? Mach den rein Oh Mann So So Na, oh Ich krieg ne Krise, ey Ich drück gerade ruf ihn Und im Moment rutsch ich runter Ey Ich zudert doch jetzt hier So 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 Verkehrt aus So 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 Yep So 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 And So Oh, hey, hey, kriege gleich die Kriwe. Ey, das kann noch nie sein. Ah, ne, mal falsch in die Stelle, dann ist der vorbei. Ja. Oh. Ah, so. Letzte Schicht jetzt auch, dann habe ich oh, die Schnurze voll. Dann noch außen rum, halt. Das ist wirklich nervig. Er hört? Hm? Ne, ich meine Semmler. Dann außen rum. Dann die unterste nochmal. Okay, jetzt drunter. Also an die Holzwand noch dran. Dann darfst du aufhören. Katzen fehlt mir gerade, echt. Das kann ich mir sehen. Keine Axt mehr, Idiot. Oh, shit. Alter. Ich bin doch.